wir haben heute drei blind bags und zwar von arachno invasion die haben wir von italien passend zu halloween und zwar ich habe eine spinnenphobie und wir haben uns gedacht das war ja vielleicht mal eine therapie für mich dann habe ich sie nicht mehr ich werde mich dran versuchen also ich mache auf mir holt raus okay einverstanden da sind drin eine spinne eine spinnenkarte und ein poster steht drauf so okay okay ich mache jetzt mal das ist die karte dazu wie sie heißt to me stale steht da drauf so sieht die karte aus durchsichtig mit einem netz eine karte ist dabei ein poster ist dabei was es ist für eine art mit denen kann man auch spielen ok soll ich mal aufmachen so mach mal auf bitte ich kann sie nicht anfassen ich kann sie nicht anfassen ich kann sie nicht anfassen ich bin mir in die hand ich nicht anfassen nie Leute, ich brauche irgendetwas, wo ich es halten kann. Warte. Nein, ich nehme ein Tempo. Ich kann es nicht in die Hand nehmen. Ah, die ist widerlich. Die ist richtig klebrig. Ich fasse sie nicht an. Du bist verrückt. Klebrig. Mille, kannst du das mal zeigen, bis sie nach vorne gehen? Zeig mal bitte, wie mit deinen Händen kommt. Oh, die ist so glibberig. Total eklig. Das ist der Auratum, steht hier. Jetzt bin ich gespannt. Schauen wir das mal auf die Seite. Das nächste, machen wir wieder auf. Was einfach einer rauskommt. Ich hole die Karte raus und das Poster. Ist das der gleiche? Ja. Jetzt haben wir den gleichen erwischt. Wieder der Auratum, oder wie der heißt. Wieder mit dem Poster. So kann ich ihn anfassen. So kann ich ihn einfassen. In die Tüte geht es. Ja. Aber sobald ich ihn in die Hand nehme, das klebrige Zeug, das geht gar nicht. Also ich wäre meine Phobie heute auf jeden Fall nicht los. Holt ihn mal gescheit raus, Maus. Holt ihn mal gescheit raus. Und tue ihn mal auf den Tisch. Ein Leben macht sich daran. Tue ihn mal auf den Tisch. Auf den Tisch. Auf den Tisch, bitte. Auf den Tisch. Halt. So. So. Ich halte ihn jetzt mal wieder so. Ich fasse ihn nicht an. Soll ich ihn anfassen? Schaut euch das Teil mal an. Klipprig. So. Jetzt tun wir den wieder da her. Mama hat es zu. Oh ja. Okay. 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 Vielleicht fasse ich das dritte Mal an. So. Nächste Paket aufmachen. Bin gespannt, was für eine diesmal rauskommt. Wenn wir Pech haben wie das gleiche. Oh. Ein anderes. Oh Mann. Diesmal haben wir den. Kovariki. Den Kovariki haben wir diesmal. Wieder mit einem Poster dabei. Was hörst du? Gib her. Ich zeig es jetzt mal mit der Tüte. Oh Manni. Oh Manni. Wesocon kann es nichts anfassen. So schaut der aus. Diese sind sowas von klipprig. Also Malei holt es wieder raus. Ich pass es jetzt mal mit der Pinzette an. Nein. Ich kann das nicht. Na Malei. Bitte. Ich hab Angst, dass sie mir irgendetwas macht, darum mich zu erschricken. so schaut das dritte teil aus wo ich sag's euch die sind sowas von ekelig zu halloween da kann man so ein prank videos machen mit dem kann man die leute da kann man jemanden echt cool pränken mit dem teil verschrecken ja du wirst nicht wie glücklich der ist ja der klebt den kann man zusammenknüllen sag ich mal zusammen jetzt so ja den kann man zusammenknüllen aber der geht wieder auseinander ja genau und wenn man den auf den boden legt dann geht er wieder auseinander gell so ihr lieben jetzt habe ich meine spinnenphobie immer noch nicht los die sind ja noch schlimmer als echte spinnen ja weil die glüppig sind genau das war jetzt absicht von papa dass wir dieses video machen sollten er hat genau gewusst dass ich angst davor habe und ich sagen so so